Armin Hoffmann gilt als einer der einflussreichsten Grafikdesigner der Schweiz. Fast 40 Jahre lehrt und leitet Armin Hoffmann hier an der ehemaligen Kunstgewerbeschule und entwickelt gemeinsam mit seinen Kollegen richtungsweisende Ausbildungsmodelle. Diese werden international aufgenommen und verbreitet und zeigen bis heute ihre Wirkung. Sie werden sehen, was für ein visuelles Erlebnis das ist, diese Originale zu sehen im Originalformat mit den Originalfarben in der Originaldrucktechnik. Also ich würde sagen, es ist wirklich auch ein visuelles Erlebnis, was sich hier unten bietet. So gesehen lernt uns die Geschichte dieses großen Gebrauchskünstlers, dieser herausragenden Persönlichkeit von Armin Hoffmann, dass wir Sorge tragen müssen, dass Kunst und Kreativität in Basel weiterhin diejenige Rolle spielt, die dazu beigetragen hat, Basel auch in der Kunstwelt so bekannt zu machen. Ich freue mich an dieser Ausstellung Armin Hoffmanns Wirken kennenzulernen und ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute den Weg hierher finden, um dieses Wirken auch kennen zu lernen. Vorstellung Armin 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 Untertitelung des ZDF, 2020